Heute sprechen wir über die besten Standmixer. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Standmixer. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 der Roussel Hops Essentials Standmixer. Ein weiteres fantastisches Produkt ist der Roussel Hops Essentials Mixer. Das Desichen dieses Modells ist sowohl elegant als auch funktional. Sein Glasbehälter ist groß genug mit einem Arbeitsvolumen von 1,5 Litern. Wir können mit Sicherheit sagen, dass dieser Standmixer Smoothies und Cocktails für die ganze Familie zubereiten kann. Da der Mixbehälter aus hochwertigem Glas besteht, können Sie darin sowohl kalte als auch heiße Zutaten mühelos zerkleinern. Zur Herstellung des Messers wird Edelstahl verwendet. Die Unzen und Milliliter Markierungen auf dem Mixbehälter ermöglichen Ihnen die genaue Dosierung der Komponenten für unterschiedliche Rezepte. Nummer 4 Seewern Multimixer SM3737 Der Seewern SM3738 2N1 Multimixer ist eine gute Wahl für alle, die eine Vielzahl von Soßen, Suppen und Cocktails zubereiten möchten. Sie können mit diesem Instrument auch verschiedene Zutaten schneiden, hacken und mischen. Diese Küchenmaschine hat einen großen, hochwertigen Glasbehälter, 1L, in dem Sie eine Vielzahl von Rezepten für Ihre ganze Familie zubereiten können. Ein Deckel mit einer Nachfüllöffnung aus Kunststoff ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Es ist erwähnenswert, dass der Mixbehälter mit einem Griff geliefert wird. Mit Hilfe dieses Griffes können Sie Ihren Cocktail einfach und schnell in Gläser gießen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3 AEG Minimixer SB2400 Standmixer der AEG Perfect Mix SB2400 Minimixer ist ein einzigartiges Küchengerät. Diese Variante beinhaltet eine 0,6 Liter Tritan Trinkflasche, die auf das Edelstahlgehäuse aufgesetzt und für die Zubereitung verschiedener Smoothies verwendet werden kann. Dieses Gerät ist ideal für aktive Personen, insbesondere für diejenigen, die gerne laufen. Diese Trinkflasche besteht aus schlagfestem, perfreiem Kunststoff. Im Deckel ist ein Trinkverschluss enthalten. Es ist wirklich praktisch. Der Motor hat eine Leistung von 300 Watt. Nummer 2 Philips HR2195-08 Standmixer Der Philips HR2195-08 Mixer ist ein High-End-Gerät mit viel Power. Da der Mixbehälter aus hochwertigem Glas besteht, können Sie damit sowohl kalte als auch heiße Zutaten mixen. Dieses Modell verfügt über drei Funktionen, die Selen-Funktion, mit Desmodis und Cocktais zubereitet werden, die Ic-Cross-Funktion, die zum Brechen von Eis verwendet wird, und die Puls-Funktion, die zum Zerkleinern von harten Materialien und zum Reinigen des Mixbehalters verwendet wird. Sie können die gewünschte Geschwindigkeit für jede Funktion mit dem variablen Geschwindigkeitsregler auswählen. Ein Problemmesser mit sechs Klingen liegt diesem Modell ebenfalls bei. Und die Nummer 1 unserer Liste Gummit Maxx 04505 Nutrition Mixer 04572 Gummit Maxx der Mixer von Mr. Magic Nutrition ist eine fantastische Ergänzung für ihre kulinarischen Kreationen. In diesem Modell sind drei Mischbecher enthalten, ein 0,7 L Mischbecher und 2 0,35 L Mischbecher. Sie sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Auch eine Kühlung ist eine Möglichkeit, diese Behälter aufzubewahren. Ein Streudeckel für Nüsse und Käse, ein Togo-Deckel für Getränke und Smoothies sowie zwei Frischhaltedeckel sind bei diesem Modell im Lieferumfang enthalten. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Getränke zubereiten und mitnehmen können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonieren unseren YouTube-Kanal.